Erstellen Sie Backup-Zeitpläne für eine automatische Datensicherung beliebiger Server-Datenbanken. Ein Backup kann selbstverständlich auch während des Betriebs durchgeführt werden. Auch Komfortfunktionen wie das Kopieren bestehender Zeitpläne ist möglich. In unserem Beispiel wird die Kopie des Zeitplans nun entsprechend angepasst. Optional können auch ältere Backup-Dateien automatisch gelöscht werden. Das Zeitintervall für die Ausführung des Backups kann frei konfiguriert werden. Zur gleichen Uhrzeit konfigurte Backups werden nacheinander abgearbeitet. Die Datensicherungen werden im RSA-Verfahren verschlüsselt. Mit dem öffentlichen Schlüssel werden die Datensicherungen erstellt. Das Zurückspielen ist aber nur mit dem privaten Schlüssel möglich, der auf dem USB-Stick, zum Beispiel im Firmentresor, abgelegt werden kann.